Das Ende von Polkadot. Warum wir jetzt hier Gefahr laufen, dem Potenzial im Bullrun bei Polkadot nachhaltig zu schaden und was das mit einem sehr wahrscheinlichen Blutbad hier am Markt zu tun hat, schauen wir uns hier gemeinsam im Detail in diesem Video an. Und damit würde ich sagen Servus und herzlich willkommen zum heutigen Polkadot-Spezial-Update von Trading on Air. Bevor wir anfangen, eins noch vorweg, alle unsere wichtigsten Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Heißt einmal zu unserer kostenlosen Telegram-Signal-Gruppe, zu unserer Talk-News-Gruppe und auch zu BitGet, alles unten in der Videobeschreibung hinterlegt. Sonst könnt ihr dem Video natürlich gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Falls so nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet auch die Glocke aktivieren. Über einen Kommi, um die YouTube-Alkohle zu supporten, würden wir uns natürlich auch wie immer mega freuen. Sonst starten wir direkt rein. Polkadot hier erstmal auf dem Weekly-Timefirm. Wir stehen aktuell bei den 4,13 Dollar. Eine Ebene tiefer sehen wir bereits unseren unmittelbar bullischen Count. Der würde darauf hinauslaufen, dass wir hier einmal eine 1 bis zu unserem linken Top reinzählen. Den Subcount könnt ihr in gelb entnehmen, eine dreitellige A nach unten, eine dreitellige B nach oben, einen Impuls in der C nach unten. Sprich, wir haben hier eine Flat 2 in unserer weißen 2 eben hier reinbekommen. Demnach wäre mit unserem Hit unseres 0,887, das hier unten, unser Boden demnach gefunden. Heißt, wir wären seit diesem Low hier bereits in unserer weißen 3, was jetzt bedeuten würde, dass wir in diesem bullischen Szenario im nächsten Schritt hier Richtung 122 US-Dollar hochkommen würden, was dann eben unser übergeordnetes Ziel im Bullrun wäre. Sollte das aber kommen, müssen wir jetzt hier diesen Subcorn auch so ausbauen, wie erwartet. Demnach eine Türkise 1 nach oben, eine Türkise 2 nach unten, die wir uns gleich nochmal anschauen, um dann mit der Türkisen 3 jetzt hier zeitnah in Richtung 25 Dollar hochzukommen. Bevor wir uns hier aber anschauen, warum das Ganze unwahrscheinlich ist, ganz kurz noch der Hinweis zu unserer kostenlosen Telegram-Signalgruppe. Hier, so sehen diese Signale aus. Wie immer muss dazu gesagt sein, das Ganze ist keine finanzielle Anlageberatung. So traden wir, ihr könnt die Trades nachmachen, müsst das natürlich nicht. Sonst, auch BitGeld findet ihr unten in der Videobeschreibung unterlegt. Das ist die Plattform, auf der wir traden. Da bekommt ihr einmal den maximal möglichen Rabatt, den ihr beim Traden und auch bei Spot-Portfolio-Käufen haben könnt, über unseren Link. Plus bekommt ihr Zugang zu unseren regelmäßigen Events, wie jetzt hier zuletzt unser 10.000-Dollar-Event. Das hat die Talkie-News-Gruppe ebenso verlinkt. Für den Austausch in der Community heißt, scroll gerne mal runter und tritt bei, wo du denn beitreten möchtest. Damit gehen wir noch eine Ebene tiefer auf den 4-Stunden-Time-Firm und schauen uns jetzt an, wie wir unsere Türkise 2 hier aktuell nochmal zählen. Und zwar würden wir davon ausgehen, dass sie sich hier nochmal im WXY zusammensetzt. Demnach wäre mit unserer Türkisen 2 hier unten dann, oder mit unserem Low hier unten, unsere Türkise 2 gefunden. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen näher anschauen, sehen wir, warum das Ganze hier möglich, aber einfach schlichtweg unwahrscheinlich ist. Wir sehen hier einmal einen Impuls nach oben, würden dann hier eine Flat 2 reinzählen. Sprich, seit diesem Punkt wären wir in der weißen 3, nächste Target 6,30 Dollar. Unsere weiße 3 würde sich nochmal wie folgt zusammensetzen. Einen Impuls hoch in der Sub 1, wieder eine Flat 2 und demnach wären wir jetzt aktuell bereits in der 3 der 3 jetzt übergeordnet. Und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen näher heranzoomen, sehen wir jetzt hier folgendes. Auch hier müssten wir wieder in diesem Szenario ein 1, 2, 3, 4, 5 nach oben zählen. Eine Flat 2 und würde bedeuten, wir sind jetzt wieder in der Sub 3 und das ist einfach schlichtweg sehr unwahrscheinlich. Muss man einfach so sagen, es ist unwahrscheinlich. Wir haben die Option drauf, da es einfach die Option am Allgemeinmarkt oder auch bei Bitcoin insbesondere gibt, dass wir eben noch ein gutes Stück jetzt anziehen, was natürlich auch die Altcoins mit hochziehen würde. Das würde eben für dieses Szenario sprechen, dass wir jetzt einfach hier unser, ja in dem Fall schon Triple, One, Two hier ausbauen hier unten und jedes Mal intra wieder eine Flat Net 2 reinbekommen haben, was einfach schlichtweg unwahrscheinlich ist. Muss man einfach sagen, würde aber natürlich aktuell noch gehen. Wir kriegen jedes Mal den Impuls rein, dann die Flat. Das Ganze hat sich jetzt dreimal wiederholt. Sieht aber einfach, muss man einfach pauschal sagen, nicht so gut bullish aus. Deswegen haben wir uns jetzt nach einem weiteren Barriere-Szenario umgeschaut und haben uns das Ganze hier nochmal im Detail angesehen. Und zwar gehen wir hier einmal auf unseren Barriere-Szenario und zwar hat der sich ein bisschen verändert. Denn wenn wir hier tatsächlich jetzt nochmal unser Low holen würden, würden wir sagen, dass es sich hier um diesen Count handelt. Und zwar würden wir dann nicht mehr unseren Impuls bis zum Top zählen, sondern einfach hier jeden Move dreiteilig. Was wirklich, ja würde einfach bedeuten, dass Polkadot irgendwann nicht mehr analysierbar ist, da wir einfach hier einmal einen Dreiteiler nach oben bekommen haben, einen Dreiteiler nach unten. Jetzt wieder einen Dreiteiler nach oben bekommen würden. Heißt, wir kriegen hier in jede Richtung einfach nur korrektive Moves, was einfach auf langfristige Sicht nicht analysierbar ist. Was aber in diesem Szenario definitiv feststeht, wäre, dass wir dann jetzt eben hier unsere Flat ausbauen. Die kennt ihr auch bereits aus dem letzten Video. Demnach würden wir einfach, wenn wir von dem Punkt her starten zu zählen, eine dreiteilige A nach oben zählen. Jetzt eine korrektive B nochmal in Richtung eines neuen Lows, da kommen wir gleich nochmal zu, um dann eben einen Impuls nochmal auf jeden Fall hier nach oben reinzubekommen. Und den werden wir definitiv versuchen, auch trade-technisch mitzunehmen. Heißt da auch nochmal kurz der Hinweis an die kostenlose Telegram-Signalgruppe. Eine Ebene tiefer sehen wir jetzt, wie wir unsere Türkise B unterteilen. Und zwar ist das wirklich H genau nach den Erwartungen im letzten Video bisher verlaufen. Wir haben eine W, X, Y hier einmal nach unten bekommen. Gut, das war bereits fest. Hatten dann im letzten Video gesagt, dass wir hier sehr wahrscheinlich unser Triangle vollenden werden. Denn unser letztes Video wurde circa online geschaltet oder beziehungsweise aufgenommen hier in dieser Phase, wo wir gesagt haben, okay, gut, oder einfach wahrscheinlich, dass wir hier nochmal in Richtung eines neuen Highs kommen. Dann wäre unser Golden Pocket hier relevant. Auch da sind wir reingestochen, haben hier unserer Meinung nach unsere weiße Welle E ausgebaut, beziehungsweise dementsprechend auch unsere zweite X natürlich in gelb und würden jetzt in unsere Welle C rein starten. Heißt, wer hier blind eigentlich auf die Analyse im Video vertraut hat, hat hier schon, wenn wir es mal schlecht rechnen, hier vom Beginn des Golden Pockets bis runter zu unserem aktuellen Preis hier schon mal einen neunprozentigen Abverkauf mitnehmen können. Heißt, wir haben erwartet, dass es hier um dieses Triangle handelt in unserer zweiten gelben Welle X und würden dann dementsprechend jetzt runterkommen in unserer letzten gelben Welle Z, um dann unsere übergeordnete türkise Welle Blau zu vervollständigen. Das nächste relevante Target, also erstmal würden wir natürlich ein Low erwarten, sprich unter die 3,60 Dollar. Dann wird es aber interessant, einfach unsere nächste Haltestelle wäre unser 0,7 macht 6er, was reinkommen würde bei den 3,16 Dollar. Ist im Endeffekt einfach unser gesamtes FIP angelegt, wenn wir jetzt gerade mal auf den Weekly gehen, von unserem Punkt hier unten, komplett unten hier, bis hoch zu unserem All-Time-High. Dementsprechend ist das so die nächste Haltestelle, die wir jetzt als möglichen Support-Bereich sehen. Sollte das Level nicht halten, gehen wir unten in unseren regulären Überextension-Bereich für unsere türkise B und der beginnt dann erst bei den 2,70 Dollar und geht im Worst Case runter bis zu den 1,70 Dollar. Das denken wir jetzt mal nicht. Wir würden dann schon trotzdem auch den oberen Bereich fokussieren, aber wie gesagt, nächste Haltestelle wäre dann hier unser 0,7 macht 6er in weiß bei den 3 Dollar und 16,8 Cent sozusagen. Das wäre der Bereich, den wir dann hier anfokussieren würden und das würde jetzt nochmal einen Abverkauf von unserem jetzigen Preis an von etwas über 20 Prozent bedeuten, was natürlich schon einfach extrem bearish wäre. Und wenn wir das Ganze reinbekommen, würden wir es tatsächlich so zählen, dass wir dann hier im Anschluss nicht in Richtung 122 US-Dollar kommen, sondern einfach, ja, wir müssen dann einfach der Wahrheit ins Auge blicken. Dann sieht es wirklich für Polkadot nicht gut aus. Wir würden hier nur in unserem Retracement-Bereich allerhöchstens noch hochkommen und dann, ja, einfach weiterhin korrektive Moves ausbauen. Von daher wäre es jetzt wünschenswert natürlich, wenn wir jetzt hier unsere Triple-One-Tour auf dem kleinen Time-Film ausbauen, dass wir hier unseren bullischen Count reinbekommen, aber wir können es uns nicht aussuchen und die Wahrscheinlichkeiten sind einfach aktuell, wenn man sich den Chart anschaut, etwas mehr auf dem Bearish-Szenario, was für ein neues Tief sprechen würde. Dann, wie gesagt, 3,16 Dollar im Blick behalten. Aber sobald es jetzt hier abwärts geht, werden wir uns Polkadot definitiv nochmal anschauen. Heißt, stell gerne sicher, dass du hier mal das kostenlose Abo dalässt, wenn dich denn sowas interessiert. Das soll es in der Stelle auch schon gewesen sein. Wir freuen uns schon mal über jegliche Art von Support. Gerne mal ein Like und einen Kommentar lassen. Und sonst würde ich sagen, Trading Guys raus. Wir sehen uns entweder später in der Talk-Gruppe oder sonst die Tage zum Update-Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.